Wolfgang Helg war ein deutscher Ägyptologe. Helg war ein Sohn des Altphilologen Hans Helg und dessen Frau Gertrud. Er studierte in Leipzig bei Georg Steindorf und in Göttingen bei Hermann Kies und schloss sein Studium im Jahre 1938 mit seiner Promotion ab. Als Soldat im Zweiten Weltkrieg geriet er 1943 in Gefangenschaft. Im Jahre 1947 kehrte er nach Göttingen zurück und habilitierte sich dort im Jahre 1951. Zunächst war Helg Privatdozent in Göttingen, bevor er 1956 außerplanmäßiger Professor für Ägyptologie an der Universität Hamburg wurde. Von 1963 bis zu seiner Emeritierung 1979 wirkte er dort als Ordinarius. Helg gehörte dem Deutschen Archäologischen Institut an und war korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Er blieb auch nach seiner Emeritierung aktiv und war zusammen mit Eberhard Otto und nach dessen Tod mit Wolfhard Westendorf herausgeber des Lexikons der Ägyptologie, das im Jahre 1992 abgeschlossen wurde. Helg gilt als einer der bedeutendsten Ägyptologen des 20. Jahrhunderts. Er veröffentlichte eine Vielzahl von Büchern und Artikeln zur Geschichte der ägyptischen und vorderasiatischen Kultur. Publikationen Der Einfluss der Militärführer in der 18. ägyptischen Dynastie Leipzig 1939 Untersuchungen zu den Beamtentiteln des ägyptischen Alten Reiches Augustin, Glückstadt, Hamburg, New York 1954 Urkunden der 18. Dynastie Heft 17 bis 22 Akademie Verlag Berlin 1955 bis 1958 Kleines Lexikon der Ägyptologie Harasowicz-Wiesbaden 1956 Untersuchungen zu Manetto und den ägyptischen Königslisten Berlin 1956 Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs Brill, Leiden 1958 Materialien zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches In Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz Klasse der Literatur Harasowicz-Wiesbaden 1960 bis 1969 Urkunden der 18. Dynastie Übersetzung zu den Heften 17 bis 22 Berlin 1961 Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausendv Chr In Ägyptologische Abhandlungen Band 5 Harasowicz-Wiesbaden 1962 Zweite Verbesserte Auflage Harasowicz-Wiesbaden 1971 Geschichte des alten Ägypten In Handbuch der Orientalistik Erste Abteilung Erster Band Dritter Abschnitt Brill, Leiden, Köln 1968 Zweite Auflage Brill, Leiden, Köln 1981 ISBN 9004-06497-4 Jagd und Wild im Alten Vorderasien Die Jagd in der Kunst Hamburg-Berlin 1968 Die Ritualszenen auf der Umfassungsmauer Ramses II In Kana In Ägyptologische Abhandlungen Band 18 Harasowicz-Wiesbaden 1968 Der Text der Lehre am Maini Mhetzi Für seinen Sohn In Kleine ägyptische Texte Harasowicz-Wiesbaden 1969 Die Lehre des DW3HTJJ Teil 1 und 2 In Ket Harasowicz-Wiesbaden 1970 Die Prophezeiung des nfr.tj In Ket Harasowicz-Wiesbaden 1970 Betrachtungen zur großen Göttin und den ihr verbundenen Gottheiten München-Wien 1971 Das Blir im Alten Ägypten Berlin 1971 Die Ritualdarstellungen des Ramesseums Teili Bd 25 Harasowicz-Wiesbaden 1972 Der Text des Nil-Hymnus In Ket Harasowicz-Wiesbaden 1972 Altägyptische Aktenkunde des 3 und 2 Jahrtausends v chr.t München-Berlin 1974 Die alte ägyptische Gau Nr. 5 Wiesbaden 1974 Historisch-biografische Texte der 2 Zwischenzeit und neue Texte der 18 Dynastie In Ket Harasowicz-Wiesbaden 1975 Wirtschaftsgeschichte des Alten Ägypten im 3 und 2 Jahrtausend v chr. Leiden, Köln 1975 Die Lehre für König Merikare In Ket Harasowicz-Wiesbaden 1977 Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasiens zur Ägäis bis in 7 Jahrhundert v chr. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1979 Lehre des Hortiedev und Lehre eines Vaters an seinen Sohn In Ket Harasowicz-Wiesbaden 1984 Gedanken zum Ursprung der ägyptischen Schrift In Melaneskamal-Edin-Mokhtar Bülten-Diel-Institut-Français-Darchäologie Cairo 1985 Politische Gegensätze im Alten Ägypten Gerstenberg-Hildesheim 1986 Untersuchungen zur Tlinitenzeit Harasowicz-Wiesbaden 1987 ISBN 3-447-02677-4 Tempel und Kult Harasowicz-Wiesbaden 1987 ISBN 3-447-02693-6 Tinnitische Topfmarken Harasowicz-Wiesbaden 1990 ISBN 3-447-02982-6 Das Grabnummer 55 im Königsgräbertal Sein Inhalt und seine historische Bedeutung Von Zabern Mainz 2001 Die datierten und datierbaren Ostrecke, Papyri und Graffiti von die IEL-Medine Harasowicz-Wiesbaden 2002 Untersuchungen zur Tlinitenzeit Harasowicz-Wiesbaden 1987 ISBN 3-447-02677-4 Herausgeber und Mitautor Probleme der Ägyptologie Brill leiden 1953 ff Ägyptologische Abhandlungen Harasowicz-Wiesbaden 1960 ff Kleine ägyptische Texte Harasowicz-Wiesbaden 1969 ff Lexikon der Ägyptologie Band 1-7 Harasowicz-Wiesbaden 1975-1992